Und der Ohe, wie es da antwortete und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, was du uns sagst, ob du seist Christus, ihr Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst, doch sage ich euch, von nun an wird's geschrieben, dass ihr sehen werdet des Menschen zu, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Vorwäldern des Himmels, und kommen in den Vorwäldern des Himmels. Katja ist der Hohepriester, seine Kleine sprach, Er hat Gott gelästert, was Türken geweihter Zeugnis. Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünken euch? Sie antworteten und sprachen, Heißer, 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 und schlagen ihn mit Fäusten. Wettlicheίνung ins Angesicht, nicht sprachen, ..." Heißer, 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 wird's gut, Heißer, Heißer, ... Untertitelung des ZDF, 2020